Gestern haben wir diese emittergekoppelte Kippstufe kennengelernt und wir sehen uns heute eine zweite Variante an, bei der die gestern aufgezählten Vorteile noch besser zur Geltung kommen und die dazu noch weniger Bauelemente braucht. Der frequenzbestimmende Kondensator liegt jetzt zwischen den Emitteranschlüssen der beiden Transistoren. Um die Funktion zu verstehen, nehmen wir wieder an, Transistor 1 ist leitend und Transistor 2 ist gesperrt. Der Kondensator C2 lädt sich über T1 und R4 auf. Wenn der Ladestrom abnimmt, sinkt der Strom durch R4 und die Spannung über ihm sinkt. Die Spannungsdifferenz zwischen Basis und Emitter von T2 erhöht sich, bis er leitend wird. Jetzt lädt sich C2 in die andere Richtung auf und erzeugt einen größeren Spannungsabfall über R3, wodurch die Basis-Emitter-Spannung an Transistor 1 sinkt und dieser schließt. Nach der Aufladung sinkt die Spannung an R3 wieder und die Basis-Emitter-Spannung an T1 wird so groß, dass dieser wieder öffnet. Damit sind wir wieder am Anfang. Die Frequenz wird durch R2 und C2 und auch R3 und R4 bestimmt. Das Verhältnis von R3 zu R4 beeinflusst das Tastverhältnis der Rechteckschwingung. Mit R1 lässt sich die Kurvenform einstellen. Durch umschaltbare Kondensatoren und einen Potentiometer in Reihe zu den Kondensatoren lässt sich ein durchstimmbarer Rechteckgenerator aufbauen. Die Schaltung ist darüber hinaus auch sehr temperaturstabil. Wenn euch der kleine Tipp gefallen hat, dann geht mir das zu verstehen.